willkommen und willkommen zu einer neuen folge von shivery 2 die schlacht von rothelm ist bereits in vollem gange wir länger ein bisschen durch die gegend und ich habe den schaffel modus mal wieder angemacht zur abwechslung okay verkackt das war nicht so gut da muss ich auch erst mal wieder reinkommen ok der mord haben auch mit dem haben wir früher auch eine zeit lang gespielt erinnert ihr euch das war eine der waffen die ich ausgewählt hatte kann man sich mal näher angucken sicherlich das hier ins gesicht junge mit der sau leck super irgendwie die server sind in letzter zeit ich weiß auch nicht belastend wie ihr seht das liegt nicht an meinem internet mein internet ist völlig in ordnung ich habe abgewehrt hallo schaffen wo das ist ordentlich oder bin mir auch irgendwie nicht sicher scheinbar also es war ja eigentlich so dass hier die arena matches auch immer wieder gespielt wurden aber irgendwie als ich die letzte zeit jetzt gespielt habe was nur werter aufnahmen war aber da habe ich mich schon gewundert irgendwie waren da jetzt gar keine arena dinger mehr dabei das wundert mich ein bisschen da sind wir ja als richtig krasser schrott gespawnt noch mehr neue wurfmeter ich treffe gar nichts aber auch so original gar nichts woran erkennt man eigentlich in original natürlich an den ohren die sind ja eigentlich freiwillig runtergegangen wurde ich muss mich heilen gehen leute vermutlich werde ich es nicht überleben natürlich dann kommt der pfeil dass der typ mich da getroffen hat das ist halt schon langes schwert so ein großschwert da machst du nix sorry die zelle die zelle die zelle die zelle die zelle die zelle ja gut gegeben ouch renne ja Ach, jetzt brennt es da schon wieder. Autsch. Also, ich habe ein Mate getroffen und sage, Autsch, macht Sinn. Ja, viel Spaß da unten, Junge. Fuck, den hätte ich haben können. Der Knüppel war jetzt an sich gar nicht mal so schlecht, also fand ich jetzt diese kleine Mini-Knüppel. 45 Damage. Und, ähm. 45 Damage. Das war schon nicht schlecht. Wir brauchen den Hof. Ja, super. Kurzes Leben. Ich bin da in die Fackel reingelaufen. Was habe ich diesmal für eine Waffe? Nochmal der Hammer. Interessant. Ganz ehrlich, das passiert jedes Mal, zweimal als die selbe klassische Spawn bin im Shuffle-Modus. Haben die das da irgendwie geändert oder so? Okay, da brennt's. Ich will meine Brandbombe gerne auf den Typen werfen. Das wäre mir wichtig. Keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Ich habe hier zumindest den Rückblick versperrt. Aber leider wurde nix draus gemacht. Gut, ich habe auch einfach nur die Fresse bekommen, aber... Ich hatte gehofft, dass ich den Typen halt treffe. Mit einer Spitzsage. Nice. Ach komm, bleib hier nicht stehen, Junge. Ich habe ihm ins Gesicht gegeben, Leute. Und gut durchgeschnetzelt. Nee, jetzt bin ich direkt als das anderes gespawnt. Sehr aggressiver gegen den die da haben. Nein, 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 nicht in meinen Maid treffen. Das war dumm. Das war ein Maid. Das sah so gegnerisch aus. Autsch. Wir haben gewonnen. Nice. Das war eine weitere Folge von Chirri 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.